Es ist auch ganz toll, dass dieser Trollgoes Compastable hat, das macht es mir wirklich einfacher. Bist wieder da? LOL Nein, Snippen ist wirklich Compastable. Auf dem Head. Bei dem Head. Wow. Gut. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, kann ich? Ah, ich denke Tyra... Scheiße, dieses Terminus Ulti, mir hat nicht aufgefallen. Du bist so schlecht. Dann war ein bisschen Terminus Ulti gestorben. Ach nee, das war Tyra. Nee, ich hab Tyra... ...in der Nähe von Terminus Ulti gestorben ist, deswegen. Ja, ich bin in Terminus Ulti gestorben, das hat mir 4000 Damage gemacht, aber trotzdem... ...ja, Tyra wird halt von Evie geackt. Also ich sag mal so, wenn sie von Mates umgeben ist, ist es schwerer, sie zu töten. Aber zumindest im 101 kann da immer mir gar nichts. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hm, du bist grad leider nicht in meinem Sichtfeld. Ich bin dort. Achtung, das Payload. Wird gleich durchgeschoben. Wenn da niemand an der Nähe geht. Leute, ich wollte mich grad wegteleportieren und dann nochmal dazukommen und nochmal so touchen. Es tut mir leid, aber das... Ups. Es tut mir leid, aber ich bin kurz hier. Oh ja, das war eine richtig gute Ulti von der Nara. Ah, ja. Ich glaub, ich hätt's über meine Ulti machen sollen. Als ob... Ah, shit, ich wollte... Das war keine gute neue Ulti mehr. Dann hast du mir das nicht gelohnt. Scheiße. Ich denke, das war dumm von mir gemacht, ganz ehrlich. Also ich geb mir jetzt nicht die ganze Schuld, aber auf jeden Fall hab ich eine Teilstunde. Ich hätt' das vielleicht retten können. Ach, by the way, ich hab, glaub ich, gestern oder vorgestern oder so gegen Kay Cruncey und Alex gespielt. Auch zwei Pros wieder mal. Hab allerdings verloren. Irgendwie regt es mich auf, so gefühlt jedes zweite Mal. Es könnte sogar tatsächlich so sein, ungefähr. Wenn ich gegen Pro-Players spiele, haben die Trogos mit Wormjets und naja, was soll ich sagen. Ich spiele meistens Charaktere mit Projectiles und die werden von ihm halt absolut gehartcountert. So in dem Level, in dem man im Prinzip keine Chance mehr wirklich hat. Zumindest wenn die Projektile langsam sind, die man hat. Und die sind langsam als fucken bei den meisten. Ich weiß ja auch nicht, was der Barrick gesoffen hat, aber da stand er die ganze Zeit in einer Tire-Rough-Land drin. Dann hat er gar nichts gesoffen, dann ist ihm ja sowieso schon warm. Hä, wieso konnte ich nicht mein F aktivieren, Mann? Komm schon. Komm schon. Und Hyrule hat trotz ihrer Ulti einfach so weggeschnitten. Das ist jetzt nicht so cool für mich. Wurde ich sollte das easy geben. So, ich guck dann hier mal vorne. So, ich guck dann hier mal vorne. Was ist das? Ach du Scheiße, ich wurde richtig weit weggekickt. Triple Kill. Komm schon, diesen Throne Rock Kill will ich nicht vermassen. Nein! Nein, das Traurige ist mit diesem Frogo, dass das ein Penta-Kill werden können. Okay, gut, jetzt ist es doch eher nicht, aber es ist trotzdem schade. Was soll ich mir nach Nimbale holen? Nach Nimbale holst du dir am besten mal... Also können wir uns mal überlegen. Ich würde sagen, vielleicht einfach Kronos. Oder wie viel Ulti... Ah, okay. Na, wobei du bedohltest ja sowieso nicht so, dass würde ich immer ja... Ich würde dir doch noch empfehlen, auch generell so ab dem Punkt, mit dem so zwei, drei Gegner einziehen kannst, würde ich den Ulti sogar schon mal benutzen. Also natürlich nur, wenn die dann auch gekillt werden können und nicht, wenn du irgendwie alleine bist. Ja, ich habe mir überlegt, da eben gerade meine Ulti zu machen an den Rand, allerdings war ich mir dann nicht sicher, ob ich den Rand treffe und dann habe ich es lieber gelassen. Ja, also ich meine, wenn du sie halt nicht benutzt, ist es halt auch nicht so toll, deswegen. Naja. Nutze sie einfach, wenn du denkst, es bringt dir was. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Hab einfach keine Angst, denn ich habe noch reingelaufen, bin. Nein, 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 nein. Okay, Achtung, Ulti. Ja. Hättest du aber idealerweise keine Tanks treffen sollen, aber, also das sind es nicht nur, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Besser als keine. Zieh mich mal ganz kurz ein bisschen zurück. Term bei mir, Term bei mir. Macht mich kaputt, oder ich mach ihn kaputt. Ja! Quadrock! Quadrock-Kill, Ulti. Der erste des Tages. Also der erste komplette Quadrock-Kill und nicht irgendwie so, dass er May dann irgendwie abgestaubt hat. Hä, Achtung, hier. Ash ist in, kommt will zur Mitte. Äh, ich kümmere mich mal lieber nicht um Echt, sondern um die Leute, die hier noch kommen wollen. Ach, wenn du mich einmal healen, dann habe ich alle. Achtung. Okay, shit. Mal dann war es tot, das ist, das ist jetzt ein Win für uns. Also wenn ich zwangsläufig, aber realistisch betrachtet würde, das ist ein Win für uns jetzt. Also ich, also ich meine nicht ein Win, sondern halt Point Capture. What, lol? Scheiße, hätte ich hier müssen. Ja, okay, ja, naja, das war eigentlich meine Schuld. Aber du hättest mich doch entschrecken können. Ich habe leider gerade nicht meine Augen auf deiner HP-Anzahl gehabt, deswegen. Man, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist gerade nicht gut, aber ich halte mich trotzdem mal hier an der Front, um das Healing zu gönnen, welches... Du weißt ja, bei heal ist halt wichtig, dass du es immer schaffst, ähm, dich nicht flanken zu lassen, also auch, dass du es hinbekommst. Achtung, Draugos. Alter, hat der Typ Moralbus 3 oder was? Achso, nee, nur Level 2. Achtung, du bist fast tot. Ja. Hab dich wieder geholt. Gehealed. Nicht geholt. Ich gehe einmal kurz hier, mach dir weiter Damage. Oh, shit. Osch. Das war jetzt richtig gute Healing, oder? Oh man, ich hab den Tyb da grad so richtig dumm gemisst, aber... Nein, 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 nein. Oh ja. Komm. Okay, die... Mach die Rollti. Lol. Bitte, bitte, bitte. Ja! Was ist denn? Ich bin gerade mit 114 Leben der Ash entkommen. Okay, jetzt ist es leider schon Baric tot, ich wollte ihn eigentlich gerade healen. Lol. nicht holten ok aber jetzt habe ich die falsche person gehielt wir gehen ihre holt einfach nicht beim nächsten punktweit haben ist das genug für uns theoretisch aua 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 das macht aua oh shit ich bin tot aber wir können das durchschieben ulte hat es funktioniert ja ich habe es gesagt aber du hast den knopf gedrückt du hast den knopf gedrückt ich hoffe du hast es aufgenommen also ich habe aber es wäre cool ey nein ich wag ok das ist jetzt belastend das ist jetzt sehr belastend dass ich das hier im knopf das das ist